Es geht mit Riesenschritten Richtung Weihnachten. Der Winter ist auch bei uns in der Region angekommen. Und deswegen habe ich es mir mit Ingolstadt-Abwehrspieler Matthias Wittek im warmen Presseraum hier im Audi-Sportpark gemütlich gemacht. Servus Matthias. Hallo. Bist du schon ein bisschen in Weihnachtsstimmung bei dem ganzen Schnee? Ja, ich muss schon sagen, dass ich in Weihnachtsstimmung bin. Vor allem, wenn man durch die Stadt läuft, wie alles geschmückt ist, verziert ist. Ja, also muss schon sagen, dass ich in Weihnachtsstimmung bin. Weißt du auch schon, wie du Heiligabend, Weihnachten selber verbringen wirst? Bei mir und meiner Familie ist es so, dass ich eben traditionell bei der Familie Weihnachten feiere. Wir gehen zusammen in die Kirche, singen zusammen Lieder und dann essen wir zusammen und dann kommt schon das Christkind. Matthias, jetzt sind Fußballer ja keine klassischen Wintersportler. Ich kann mir vorstellen, der Trainingsbetrieb momentan ist bei euch nicht so ganz optimal, oder? Ja, das stimmt. Ja, wir versuchen uns halt vom Kopf her umzustellen auf den Schnee. Aber es heißt ja auch alle Jahre wieder. Aber zum Glück haben wir auch einen Kunstrasen bei uns an der Anlage. Und da weichen wir auf dem Kunstrasen aus einfach. Kommt das dann auch mal vor, dass ihr Spieler selber auch anpacken müsst, dann Platz freischaufeln und so? Ja, zum Glück haben wir fleißige Helfer, die das gerne für uns machen. Aber manchmal packen wir auch selber die Schaufel und räumen den Platz, ja schon. Das ist dann gleichzeitig das Aufwärmprogramm, oder? Ja, das stimmt. Du hast sechs Jahre bei den Münchner Löwen gespielt und auch etliche Partien im Trikot der Jugendnationalmannschaft bestritten. Erzähl mal ein bisschen was drüber. Ja, ich bin damals als 15-Jähriger von daheim weggezogen ins Internat von den Löwen. In München habe ich meine komplette Jugend verbracht, also meine Jugend als Fußballer. Habe dort mein Abitur gemacht in München und bin da auch in die Nationalmannschaft gerutscht, in die Jugendnationalmannschaft, U17, U18 war das. Ja, und es war insgesamt eine tolle Zeit in München. Es war ja damals auch ein starker Jahrgang. Du hast mit vielen zusammengespielt, die man jetzt auch aus der Bundesliga kennt. Genau, ich habe mit den Bänderzwillingen zusammen gespielt, Timo Gebhardt, die spielen jetzt auch in der Bundesliga. Und ab und zu hören wir uns noch mit, also haben noch Kontakt ein bisschen. Jetzt ist der Weg zum Fußballprofi ja oft ein ganz steiniger. Wie war es denn bei dir? Wie wird man Fußballprofi? Ja, bei mir in der Familie ist es so, dass ich zwei Brüder habe. Mein älterer ist 23 und damals war es eben so, dass mein Vater der Trainer von meinem Bruder war und er immer mit ihm zum Training gegangen ist. Und ja, ich bin halt mitgegangen, weil meine Mama in der Arbeit war. Und dann habe ich gemerkt, dass es mir Spaß macht. Und ja, ich habe mit Leidenschaft Fußball gespielt und ja, so bin ich eben meinen eigenen Weg gegangen. Letzte Frage, Matthias, die haben wir deinen Kollegen auch immer gestellt. Hast du vor jedem Spiel ein eigenes, ganz spezielles Ritual? Ganz spezielles Ritual habe ich jetzt nicht. Also grundsätzlich ist es schon so, dass ich abergläubisch bin. Aber ich mache jetzt nicht vor jedem Spiel dasselbe oder so. Es ist bei mir eher so, dass ich versuche, mich zurückzuerinnern, wenn wir gut gespielt haben oder ich gut gespielt habe und wir gewonnen haben, was ich jetzt vor dem Spiel gemacht habe, welche Unterhose ich getragen habe, welche Socken ich getragen habe und das versuche ich dann wieder genauso zu machen. Dann wünschen wir weiterhin viel Erfolg für den Rest der Saison. Danke fürs Interview. Jetzt schon mal schöne Weihnachtsfeiertage und damit wieder zurück ins Stadion.